Ich habe gesehen, gesehen mit meinen Augen, bis ich acht Jahre alt war. Seit mehr als 35 Jahren bin ich blind, völlig blind. Ich weiß, dass diese Geschichte, diese Erfahrung, mein größtes Glück ist. Sagt wer? Jacques Lisséran. Und um die Frage, was es mit Licht, Blindheit und Sehen auf sich hat, soll es heute mal ein bisschen gehen. Das wahre Gute und Schöne Der Podcast mit Markus Grimm Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das war ein gut und schön. Das ist natürlich der Knaller, so eine Aussage zu tätigen, dass die Erblindung das größte Glück des Lebens sei. Was ich hier gerade vorgelesen habe, ist die Eröffnung eines Vortrages, den Jacques Lisséran, Schreibung findet ihr in der Video- oder Audio-Beschreibung, gehalten hat. Er hat in Zürich einen Vortrag gehalten am 14. April 1970. Vielleicht ein paar biografische Daten, nur wirklich ganz wenige, die alleine schon irgendwie ganz bemerkenswert sind. Und gleich in Klammer dazu gesagt, lest, wenn ihr es noch nicht kennt, mal selber was von ihm. Es gibt sehr faszinierende Bücher von ihm, wo es auch immer um die Frage von Blindheit und Licht geht. Das ist sein Lebensthema, ganz offenkundig gewesen. Er ist geboren, ist Jacques Lisséran in Paris, mitten in Paris, auf dem Montmartre, 1924. Und er blindet dann mit knapp acht Jahren bei einem Unfall. Er hat vorher schon nicht besonders gut gesehen, trägt deswegen eine Brille. Die Brille, paradoxerweise, ist dafür verantwortlich, dass so ein Stolperunfall, wie man halt als Kind so hat, wenn man ihn durch die Gegend rennt und er rennt sehr viel, sagt er, ist dauernd am Rennen als Kind so. Diese Brille ist dafür verantwortlich, weil sie sich ihm in die Augen bohren, dass er sein Augenlicht verliert. Mit eben nicht ganz acht Jahren. Eine Erfahrung, von der er sagt, die sei sein größtes Glück gewesen. Und wir wollen auch noch mal ein bisschen genauer gucken, inwiefern er das meint. Er gründet dann mit 17 Jahren eine Zelle der französischen Résistance. Frankreich ist ja besetzt von Nazi-Deutschland. Und es ist ihm irgendwie klar, er will sich der Résistance anschließen. Er ist aber blind und muss deswegen vermuten, dass niemand ihn da nehmen wird. Was für eine Aufgabe soll man einem Blinden anvertrauen, wird jeder sich denken. Und deswegen kurzerhand gründet er selber so eine Jugendzelle, so eine Jugendresistance-Zelle, die dann später tatsächlich vereinigt wird mit einer größeren Resistanzbewegung und veröffentlicht da so eine Untergrundresistance-Zeitung. Er wird aber verhaftet durch die Gestapo, kommt ins KZ Buchenwald mit, glaube ich, 3000 anderen und überleben tun es dann am Ende 30 oder so. Unter anderem er wird befreit aus dem KZ Buchenwald, wird später dann, fängt an zu studieren, wird später Professor, Universitätsprofessor für französische Literatur, ist dann auch in den USA, Familie, Frau, Kinder, ja. Und kommt 1971, also ein Jahr nach diesem Vortrag, dessen Anfang ich gerade vorgelesen habe, bei einem Verkehrsunfall ums Leben, vielleicht nur so viel so als Eckdaten zu dieser wirklich ganz ungewöhnlichen Biografie. Ich habe von Jacques Lusserrand vor etlichen Jahren schon ein Buch gelesen, Jacques Lusserrand, das wiedergefundene Licht. Hier so, ich halte es mal in die Kamera, für die, die das hier sehen, ist im Grunde aber so ein Taschenbuch, das wiedergefundene Licht, die Lebensgeschichte eines Blinden im französischen Widerstand. Da erzählt er selber seine Lebensgeschichte oder einen Teil seiner Lebensgeschichte bis zum Alter von 20 Jahren, weil er sagt, dass sein Schicksal irgendwie so besonders ist, dass er den Eindruck hat, und er wird auch öfter eben darauf angesprochen, das gehört nicht nur ihm. Ich lese mal kurz die Einleitung zu diesen Büchlern, die er selber da geschrieben hat, kurze Einleitung, du batest mich, jemand bittet ihn, du batest mich, erzähl mir die Geschichte deines Lebens. Doch ich hatte keine große Lust dazu. Du fügt es hinzu, vor allem möchte ich die Gründe erfahren, warum du das Leben liebst. Da habe ich Lust zum Erzählen bekommen, denn das war wirklich ein Thema, umso mehr, als mich diese Liebe zum Leben nie verlassen hat. Nicht im Leiden, nicht in den Schrecken des Krieges, nicht einmal in den Gefängnissen der Nazis. Im Glück so wenig wie im Unglück, was nur scheinbar so viel schwerer ist. Aber nicht ein Kind wird jetzt seine Geschichte erzählen, das ist schade. Der erwachsene Mann wird sie erzählen. Schlimmer noch der Universitätsprofessor, der ich geworden bin. Ich werde mich sorgfältig vor der Gefahr hüten müssen, zu belehren und zu beweisen. Zwei große Illusionen. Ich werde mich ganz klein machen müssen. Ich werde zurückwandern müssen, werde das Amerika, in dem ich jetzt lebe, das mir Ruhe gibt und das mich schützt, in Gedanken verlassen müssen, um jenes Paris wiederzufinden, das mich so bedroht und beglückt hat. Und an anderer Stelle sagt er dann tatsächlich, dass er meint, dass ein Schicksal, wenn es wirklich nur tief genug empfunden ist und man sich selber mit seinem eigenen, und das gilt jetzt nicht nur für so besondere, außergewöhnliche Schicksale, sondern es gilt, glaube ich, grundsätzlich für Biografisches, wenn man sein eigenes Schicksal nur genau genug betrachtet, durchlebt, also durchdringend zu ergreifen versucht, zu begreifen, ja, vielleicht auch, aber gar nicht so im rationalen Sinne, sondern im Grunde als so eine Lebensgestalt, wie auch eine, ja, das ist natürlich wieder die Schauspieler-Assoziation, die dann ständig kommt, wie eine Rollenfigur man versucht zu ergreifen oder eine literarische Figur zu ergreifen oder wie vielleicht ein bildender Künstler versucht, einen Gegenstand zu ergreifen, wirklich durchzuarbeiten, durchzudringen, bringen. Je mehr man das macht, desto weniger ist dann dieses Biografische ein rein persönlich Biografisches, sondern kriegt dann was Menschheitliches, verbindet uns im Grunde genommen alle miteinander, weil wir alle Schicksal teilen. Also das Schicksal ist dann nicht mehr nur ein eigenes, erlittenes und erlebtes, sondern das ist eine Grund, ein Grunddatum für Menschsein und insofern gehört uns das dann nicht mehr, sagt er. Das finde ich sehr interessant. Es gehört uns gar nicht mehr. Und das ist die Legitimation, warum man das auch erzählen kann. Nicht als irgend sowas persönlich, persönlich, egoistisches gewissermaßen, was man dann irgendwie interessant finden kann oder nicht und wo auch immer die Gefahr besteht natürlich, dass man beim Erzählen die Dinge irgendwie besonders schön macht oder groß oder schlimm macht, also irgendwie ausstellt und überformt, um selber auf eine bestimmte Weise immer zu erscheinen. Sondern im Grunde genommen, und ich glaube, das stimmt, wird man, wenn man sowas tut, auch eher demütig und bescheiden. Wenn man wirklich das eigene Schicksal als ein Schicksal betrachtet, vielleicht eben auch sogar so, als wäre es das Schicksal von einem anderen Menschen, was man versucht zu verstehen, sodass man also gewissermaßen sich in so eine Gegenüberstellung zu seinem eigenen bringt, das hilft manchmal oder oft sogar sehr, um eine Gestalt zu erkennen, die sich in all dem, was einen so umtreibt, umgetrieben hat, was einen geformt hat, was einen erfreut, aber auch bedrückt hat, in dem eben so eine Zeitgestalt zu erkennen, die sich da so formt. Gut, das nur nebenbei. Der Vortrag, um den es jetzt gehen soll, dessen Anfang ich vorgelesen habe und wo ich jetzt noch ein paar Dinge daraus vorlesen möchte, ist betitelt Blindheit, ein neues Sehen der Welt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen oder im Ohr oder im Herzen. Blindheit, ein neues Sehen der Welt. Ich fange nochmal an. Ich habe gesehen, gesehen mit meinen Augen, bis ich acht Jahre alt war. Seit mir jetzt 35 Jahren bin ich blind, völlig blind. Ich weiß, dass diese Geschichte, diese Erfahrung mein größtes Glück ist. Ich weiß auch, was man darauf sagen mag. Das sind nur Worte, das ist nur poetische Ausschmückung, das ist ein tröstliches Märchen, das ist Mystifikation, das ist stolze Auflehnung gegen das Schicksal. Das aber gilt nicht für mich. Ich weiß so gut, dass ich dieses Glück nicht erkämpft habe, sondern dass es mir geschenkt wurde, und zwar auf sehr natürlichem Weg. Ich weiß auch, dass es nicht mein Privileg, mein Eigentum ist, sondern ein Geschenk, das ich jeden Tag neu annehmen muss und das alle Blinden auf ihre Weise erhalten können. Man möge mir verzeihen, dass ich mit einem solchen Glaubensbekenntnis beginne, aber ich weiß über die Blindheit nichts zu sagen, das wichtiger wäre als dieses Bekenntnis. Ich denke dabei an die geistige und auch praktische Hilfe, die dieses Bekenntnis all denen geben kann, die es teilen. Und nun stehe ich einer grundlegenden Frage gegenüber, welchen Wert hat das Sehen für uns? Wozu dient uns das Sehen? Und ich bemerke, dass niemand darauf ernsthaft antwortet. Weder die Sehenden noch die Blinden. Nun, diese Stille ist ganz natürlich. Warum etwas in Frage stellen, das man besitzt? Das Leben? Das Sehen? Die Sehenden machen sich keine Gedanken darüber. Für sie ist das Sehen ein einfacher Akt, ein unbestreitbares Gut. Wohl akzeptieren sie die Warnung der Philosophen, die ihnen sagen, hütet euch vor den Illusionen der Sinne. Und die besonderen hütet euch vor den Illusionen der Augen. Aber es wird hier ja nicht das Sehen beschuldigt, sondern der Gebrauch, der davon gemacht wird. Wer will schon für sich diese andere Ermahnung gelten lassen? Schließe die Augen, wenn du sehen willst. Die Blinden wiederum könnten sich diese Frage stellen. Aber sie wagen es nicht. Sie glauben nicht, das Recht dazu zu haben. Wohl haben sie einige Antworten darauf, aber sie verbergen sie sogar vor sich selbst. Sie begraben das, was ihnen nur als Träumerei vorkommt, tief unten in ihrem Bewusstsein. Sie haben, was das Vermögen der Augen angeht, die Meinungen der Sehenden, die diese sie täglich neu glauben machen. Wir sehen, hier lastet der Druck der Gesellschaft schwer auf ihnen. Was ist der Wert des Sehens? Versuchen wir zu antworten. Das Sehen ist ein wertvoller Sinn. Die, seine beraubt sind, wissen das sehr wohl. Aber vor allem ist das Sehen ein praktischer Sinn. Das Sehen erlaubt uns, Formen und Entfernungen zu handhaben. Es macht aus jedem Gegenstand etwas Nützliches oder mindestens etwas Nutzbares. Es stellt sich als Verlängerung unserer Hände dar, als ein zusätzliches Vermögen der Handhabung. Dank unserer Augen gehen wir weiter. Wir machen uns einen größeren Teil des Universums zu eigen. Wir können auch dort noch wirken, wohin unsere Arme und Beine nicht mehr reichen. Das ist ein wesentlicher Punkt, auf den er hier abhebt. Das Praktische im Sehen. Also, wir machen durch das Sehen die Dinge handhabbar, greifbar. Und wir entwickeln aufgrund dessen die Illusion, wir könnten im Grunde genommen einfach zugreifen, notfalls auch nur mit unseren Augen und hätten Dinge gewissermaßen in der Hand oder im Griff, hätten einen Zugriff da und könnten drüber verfügen. Weil wir sehen ja alles, wohin wir gucken. Es ist ja alles da. Es ist ja alles vor uns. Jetzt weist du aber darauf hin, dass das Sehen ein oberflächlicher Sinn ist. Natürlich. Wir sehen ja immer nur Oberflächen. Wir sehen nicht die Innenseiten, nicht mal von Körpern, noch viel weniger von Menschen. Und wir sehen vor allen Dingen auch immer nur die Oberfläche, die uns zugewandt ist. Es liegt also eine Gefahr in diesem Sehen, dass es nämlich immer nur über die Oberflächen hinweg gleitet. Es ist eben rasch und es ist nützlich. Das ist ein interessantes Stichwort. Ich glaube, gehen wir mal ein Stück weiter, was er hier sagt. Also, wir setzen weiter hinten jetzt wieder ein. Ich glaube, dass das Sehen für die herrschende Überzeugung verantwortlich ist, dass wir die Welt entdecken und ganz erkennen, indem wir von einer Form zur anderen fortschreiten, von einer Erscheinung zur anderen. Wir vergessen dabei, dass die Bewegung selbst, die unsere Augen von Gegenstand zu Gegenstand führt, sich nicht in unseren Augen abspielen kann, sondern dass sie notwendigerweise vorausgeht und die Augen lenkt. Also, wir haben ja Intentionen im Gebrauch der Augen. Wir gucken, wohin, weil wir da hingucken wollen. Und am Ende läuft es irgendwie darauf raus, dass wir natürlich auch irgendwie nur das Sehen, von dem wir vorher schon wussten, dass es da ungefähr in der Gegend ist. Das ist eigentlich ziemlich interessant. Was man sich klar machen muss, ist die Tatsache, dass das Sehen nicht aus der Arbeit der Augen allein besteht. Das Sehen, das Vermögen zu sehen, besteht vor dem Instrument. Das Vermögen besteht vor dem Instrument, das die Augen sind. Solange die Menschen dies vergessen, werden sie immer wieder Illusionen und Misserfolgen gegenüberstehen. Das also weiß alles ein Blinder. Er weiß es nicht dank einer außerordentlichen Gabe der Intelligenz oder eines Verdienstes, sondern er weiß es von Natur aus. Des Vorrechts, der Augen beraubt, misst er zugleich seinen Verlust und seinen Gewinn. Vor allem fährt er fort zu Leben und mit einer unwiderstehlichen Kraft diesen wunderbaren gegenseitigen Austausch, der sich zwischen Innen und Außen weltvollzieht, zu erfahren. Jetzt ist es ja so, dass man auch als Blinder weiterlebt. Das Fortfahren im Leben. Dieses Fortfahren im Leben gewährt uns Gott immer. Gott kommt jetzt ins Spiel. Das finde ich auch bemerkenswert. Es ist ganz eng mit einem tief empfundenen Glauben verbunden, der hier in dem wiedergefundenen Licht, auch nochmal in der Lebensgeschichte ganz deutlich wird. Auch sehr deutlich wird dabei, inwiefern diese Erfahrung des Geborgenseins, des Behütetseins und Geschützseins durch eine Macht, die hinter seinen Eltern steht, sagt er. Es sind nicht die Eltern, die ihn auf Händen tragen und ihn beschützen. Dahinter steht eine andere Macht, in deren Auftrag und Namen sie ihn gewissermaßen beschützen. Wie diese Erfahrung, die eine ganz grundlegende Erfahrung ist, die ihn wie mit einer Rüstung gewissermaßen umgibt, die er einmal angelegt hat und hat, dass er sein ganzes Leben lang verbunden ist mit der Erfahrung des Lichtes. Alles ist Licht. Also es gibt ganz eindrückliche Lichterinnerungen von ihm, wie er da in den Straßen von Paris unterwegs ist und alles ist Licht. Und wie er aus seinem Zimmerfenster schaut auf die Straße und überall das Licht sieht, wie es über die Häuserwände streicht und so. Und er sehr früh versteht, das Licht ist nicht da oben die Sonne. Das ist auch ein Aspekt des Lichts, aber das Licht ist auch da unten in den Gassen. Es ist substanziell und man kann es sogar in die Hand nehmen, indem man zum Beispiel Farbenstifte nimmt. Und dann fängt man an, Licht zu gestalten und zu malen. Ganz wunderbar. Ich höre mit immer wiederkehrender Überraschung, die ernsthaftesten Leute, Ärzte, Schriftsteller, Psychologen, von der schrecklichen Nacht sprechen, in die uns Blinden die Blindheit stößt. Nacht ist das Wort, das jeder benutzt und ich kann nur dagegen protestieren, weil dieses Wort ein sonderbares Urteil zutage bringt, ein Vorurteil oder einfach gesagt eine oberflächliche Meinung. Denn wie sollte man besonders als Arzt oder Psychologe nicht wenigstens den grundlegend relativen Charakter aller Wahrnehmungsarten ahnen? Die Tatsachen sind ganz anders als das, was man sich allgemein vorstellt. Mit den Augen aufhören zu sehen, heißt nicht in eine Welt eintreten, in der das Licht aufgehörter zu bestehen. In dem Augenblick, in dem ich mein Augenlicht verlor, habe ich in meinem Innern das Licht unversehrt wiedergefunden. Ich musste mich nicht daran erinnern, was dieses Licht für meine Augen gewesen war. Nicht die Erinnerung daran wachhalten. Es war da, in meinem Geist und in meinem Körper. Es war dort in seiner Ganzheit eingeprägt. Das Licht war da, begleitet von allen sichtbaren Formen, Farben und Linien, ausgestattet mit derselben Kraft, die es in der Welt der Augen hat, nämlich sich zu vergrößern, sich zu verringern, sich zu verschieben. Ich wiederhole, die Erfahrung, die mir zuteil geworden ist, war nicht die der Erinnerung. Dieses Licht, das ich ohne meine Augen weiterhin sah, war dasselbe wie zuvor, aber mein Standort dem Licht gegenüber hatte sich geändert. Ich war seinem Ursprung näher gekommen. Alles ging vor sich, als ob das Licht nicht mehr dieser Gegenstand der Außenwelt wäre, nicht mehr diese fremdartige Beleuchtung, nicht mehr dieses Naturphänomen, das ich zutragen kann oder nicht und worüber wir so wenig Macht haben, sondern als ob dieses Licht von nun an die Außenwelt und mich selbst mit einer einzigen Bewegung, mit einem einzigen Griff umhülle. Meines Augenlichtes beraubt konnte ich nicht sagen, dass das Licht, das ich sah, von außen kam. Ich konnte ebenso wenig sagen, dass es aus meinem Inneren kam. Und wirklich, innen, außen sind ungenügende Begriffe geworden. Als ich viel später während meines Studiums vor dem Unterschied zwischen objektiven und subjektiven Tatsachen sprechen hörte, war ich nicht befriedigt. Ich sah zu genau, dass dieser Unterschied auf einer falschen Auffassung der Wahrnehmung fußte. Nun sind wir schon weit weg von der Nacht, von der man allgemein spricht. Das, was im Kopf eines Blinden ist, ist eben das Licht. Sollen wir sagen, in seinem Kopf oder in seinem Herzen oder vielleicht sogar in seinen Augen, wozu? Welche Rolle spielt das, da doch das Licht weder ein innerliches noch ein äußerliches ist, sondern das ganze Sein einschließt und die Trennungen, die wir aus der Gewohnheit heraus machen, verwischt? Das Licht ist da. Das ist das einzig Sichere. Ich denke selbst an den Einwand, den man mir vorhalten könnte. Ist Ihre Erfahrung nicht eine Täuschung? Denn einmal haben Sie ja gesehen, die Farben und Formen gekannt. Sie konnten sie benennen. Aber wie ist es mit jemandem, der blind geboren ist? Interessanter Einwand, sagt er, aber er hat mit vielen Blindgeborenen gesprochen und die kennen das genauso. Das Licht ist da. Das wirft natürlich eine sehr interessante Frage auf, was es mit Licht eigentlich auf sich habe. Es wirft noch eine weitere Frage auf, nämlich was es mit der Wahrnehmung auf sich hat. Das ist das, worum es eigentlich geht. Es läuft darauf hinaus, dass er sagt, die Wahrnehmung, zur Wahrnehmung brauchen wir nicht die äußeren Sinne. Die eigentliche Wahrnehmung findet gar nicht in den äußeren Sinnen statt, in den physischen Sinnen, sondern findet im Innern statt letzten Endes. Das eine. Das zweite ist, eines Wahrnehmungssinnes beraubt, sagt er, treten andere Wahrnehmungssinne ein. Und er beschreibt tatsächlich das, was er wahrnimmt, als Blinder. Im Grunde als Licht, was mehr oder weniger hell ist, was mehr oder weniger, er nimmt Drücke wahr von der Außenwelt. So als würden die Dinge der Außenwelt, auch die, die er nicht berührt, also physisch berührt, als würden die auf ihn durch Druck oder Hauch wirken. Bäume, die da stehen, Autos, Häuser. Er kann, wenn er aufmerksam ist, merken, was da um ihn her vor sich geht. Das ist ganz interessant, gell? Ja. Ja. Die eigentliche Wahrnehmung findet in seinem Innern statt und hängt zusammen mit Aufmerksamkeit. Das ist das, was man da lernen kann. Aufmerksamkeit. Und das kann natürlich jeder aufbringen. Und da, sagt er, nun ist es im Grunde gnadenhaft, nicht sehen zu müssen, weil dieser Oberflächensinn ihn da nicht ablenkt, sondern er kann vielmehr bei dieser Aufmerksamkeit bleiben. Er ist überzeugt, jeder kann das und kennt im Grunde das Phänomen im Ansatz, dass man die Gegenwart von Gegenständen oder auch Menschen wahrnimmt und auch ein Bild von denen empfängt, gerade von Menschen sagt er das. Aber das ist überlagert normalerweise durch das Optische. Das ist bei ihm nicht. Er empfängt dann im Grunde sehr schnell einen Eindruck, ein Bild von einem Menschen, sagt er, der, was sich dann im Grunde wie eine Zeichnung bildet, inwendig oder so, ja, und kann sehr gut einschätzen, was ist das für ein Mensch. Das ist auch der Grund, warum er in der Résistance bei der Aufnahme neuer Mitglieder Gespräche, die Gespräche geführt hat mit denen und zwar eher allein. Das ist ja klar, da muss man ja aufpassen, dass man nicht einen Spitzel da plötzlich hat, der dann die ganze Organisation sprengt. Sehr interessant, ja. Die einzige Voraussetzung, sagt er, um wirklich sehen zu können, ohne Augen, ist, man muss lieben. Was er merkt ist, es verdunkelt sich nur oder er sieht, es liegt nur dann nicht mehr klar, es wird lastend, es wird grau und farblos, wenn er aufhört zu lieben. Also wenn Sorge oder Angst irgendwie das überlagern oder er Missmut empfindet oder Hass und solche Dinge, die überlagern die Wahrnehmung und er weiß aber, dass es bei ihm selber liegt, einfach bei ihm selber liegt, die Freude im Grunde genommen in ihm wieder zu kultivieren, die Liebe, das Glück zu kultivieren und dann kann er wieder sehen. Lest es, wenn ihr es noch nicht kennt, lest es. Es ist wirklich eine Offenbarung, man kann es nicht anders sagen. Und jetzt eben nochmal die Frage mit dem Licht, was ist denn dann Licht? Ich habe mich mal relativ lange im Zusammenhang mit einer Gruppenlektüre mit dem Thema Licht beschäftigt und es ist ja wirklich schon physikalisch ein ganz merkwürdiges Phänomen. Also da haben sich ja die Gelehrten, streiten sich ja seit vielen Jahrtausenden letzten Endes drüber, was es mit dem Licht auf sich habe. Und es ist ja bis heute nicht wirklich geklärt, es ist, also es gibt ja dieses, das ist ja so ein Zwischenphänomen, so ein Wellenteilchenphänomen. Also letztendlich, ich glaube, man kann fast zusammenfassend sagen, niemand weiß so ganz genau, was Licht eigentlich ist. Es verhält sich mal so und verhält sich mal so. Es verhält sich mal wie eine Welle, es verhält sich mal wie ein Teilchen. Aber das deutet ja vielleicht nur darauf hin, dass es in Wirklichkeit weder noch ist, sondern sich nur eben mal so und mal so manifestiert. Das Licht ist ein Phänomen, was tatsächlich an der Grenze des Unsinnlichen, auch des Unphysischen, Unphysikalischen, Immateriellen so chargiert. Und im Grunde aus so einem, ja wie soll man das nennen, aus so einem metaphysischen, metaphysischen Sinne von hinter der Physik, was es ja wörtlich heißt, aus so einem metaphysischen Bereich so reinspielt ins Physische. Aber seinem Wesen nach eigentlich nach drüben, wenn man mal so will, gehört. Also in den nicht sinnlichen Bereich. Das ist ganz, ganz interessant. Und was wir eben so als Licht im Sinne von Helligkeit wahrnehmen, ist nur eine Äußerungsform des eigentlichen Lichtes. Und wenn man das so betrachtet, kann man auch besser verstehen, denke ich mir, was Jacques Lusserand meint, wenn er von der Wahrnehmung des Lichtes spricht in seinem Inneren. Es ist eben nicht Helligkeit, sagt er ja. Es ist etwas, was innen in ihm ist, zugleich ist es auch außen, was im Grunde alles durchdringt, was was, wie soll man sagen, Substanzhaftes hat. Oder, nee, Substanzhaftes klingt ja so, als wäre es abgeschlossen. Eher so etwas Fluidales, wie so ein Fluidum. Etwas, was alles durchdringt, ähnlich wie Luft. Wir sind ja auch außen und innen durchdrungen, durchwoben, durchwirkt von Luft und sowohl auch von Licht bis in die Jezelle hinein. Aber es ist eben nicht, es hat nicht diese pseudomaterialistische Akzentuierung, ja, so Bio-Photonen und so Geschichten, damit kenne ich mich nicht aus. Es kann ja auch eine interessante Facette sein. Es geht tatsächlich um das Erfahrungswissen, was man da hat. Und jeder von uns, glaube ich, kann das sogar nachvollziehen oder ahnt es, dass wenn man nach innen schaut, sagt man ja so, wie geht es eigentlich? Eben natürlich nicht mit den Augen, ist klar. Nach innen schaut, kann man tatsächlich etwas Lichtes sehen. Man kann ja auch wahrnehmen, dass etwas in einem sich selber lichtet. Wer traurig ist, empfindet Düsternis und Dunkelheit und so. Und Fröhlichkeit, Glück, Freude machen etwas Licht. Das ist ja eine Erfahrung, die jeder kennt. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir nehmen jetzt das Optische noch von der Erfahrung weg, sodass die reine Lichterfahrung übrig bleibt, kann man sich irgendwie vorstellen, inwiefern man diese Erfahrung als unvergleichlich, als das Glück des Lebens sehen kann. Die einen mit äußerster Dankbarkeit erfüllt, dass man im Grunde ständig in diesem Fluidum leben kann. Und durch nichts abgelenkt wird. Blindheit, ein neues Sehen der Welt. In dem Zusammenhang ist natürlich auch, erinnern wir uns ja auch, dass das Bild vom blinden Seher ein altes mythologisches Bild ist. Wir erinnern uns an die Odyssee zum Beispiel, wo Odysseus ja den blinden Seher Theresias befragt, auch nach der Unterwelt. Der blinde Seher. Das ist nicht einfach nur ein Paradoxon, literarisches, so ein Kniff oder so ein Gimmick, so ein Gimmick, originell. Blinder Seher, ui, wie geht denn? Ja, nein, möglicherweise steckt da eine ganz tiefe Wahrheit drin. Die Blindheit ist eine bestimmte Art zu sehen, nämlich ohne Augen. Lassen wir es genug sein. Im Grunde genommen kann ich euch nur ermuntern, das selber mal zu lesen. Ich habe es jetzt eben wieder entdeckt und habe dann irgendwie sofort gedacht, darüber muss man sich jetzt mal ein paar Gedanken machen. Das muss ich euch mal vorstellen und ans Herz legen, euch damit mal zu beschäftigen. Und das ist eben nicht nur biografisch, so von der Lebensgeschichte her, eine ganz interessante Person gewesen, sondern auch von dem, was der Mann da sagt. Und wenn man das irgendwie ernst nimmt und beherzigt und dem irgendwie nachgeht und in sich selber rege macht, ich glaube, man kann da wirklich was mitnehmen für sein eigenes in der Welt sein und durch die Welt gehen und schauen. Schauen ist übrigens ein schönes Wort. Vielleicht ist das, was hier gemeint ist, schauen. Die Differenzierung gibt es vielleicht jetzt für einen französisch sprechenden Menschen gar nicht. Im Deutschen haben wir das vielleicht zur Verfügung. Sehen, als das, was ich mit den Augen tue. Schauen, als das, was tatsächlich innerlich geschieht. Man spricht ja auch von Schauungen oder sowas. Ja, schauen. Verlegen wir uns doch mal aufs Schauen. Vielleicht können wir da mitnehmen, dass es sinnvoll ist, einen Unterschied zu machen eben zwischen dem optischen Sichtvorgang und dem, was innen dann stattfindet, in uns. Das sind zwei verschiedene Dinge nämlich tatsächlich, was ja allein schon daraus erhält, dass wir Dinge ja auch schauen, wenn wir zum Beispiel schlafen oder träumen oder uns was vorstellen, also nicht die physischen Augen benutzen. Die Schau ist jederzeit möglich. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, hoffe, es war was für euch dabei. Und ja, wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.